ja leute heute mal wieder ein neues paket mal neuen bestand oder ein neues bestandsupdate an raritäten machen sie einfach mal auf das ist ein artikel aber mehrmals nämlich ein paar space twister müssten 50 stück sein so war zumindest das angebot sind mit zerlegen und ja wie gesagt 50 stück gab es zu einem ganz annehmbaren preis und ja dann durch die mal auspacken und bis gleich so das ist mal ein anblick es sind genau 50 stück hat es nachgezählt und ja viel kann man nicht dazu sagen jeder kennt sie eigentlich sind echt geil schöner wirbel und dann noch das okay als ende und ja das war es dann eigentlich auch schon ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen auch wenn es nur kurz war und wir sehen uns im nächsten video bis dann oh h h solid beats spring Vielen Dank.